Was machen viele Leute falsch, wenn sie Pickel haben? Ich habe die Fehler selber gemacht. Viele Leute fassen sich ins Gesicht, meistens ohne es zu merken. Wir haben aber so viele Bakterien an den Händen. Achtet darauf, es zu lassen. Viele waschen sich ihr Gesicht morgens und abends nicht regelmäßig. Leute, auch wenn ihr müde seid, bascht euer Gesicht und kauft euch eine Pickelcreme. Meine Lieblingspickelprodukte packe ich euch mit Link in meine Insta-Story und ein Video zu guten Drogerie-Pickelprodukten findet ihr auf meiner TikTok-Seite. Viele telefonieren mit ihrem Handy am Ohr, aber das ist nicht gut, wenn man Pickel hat. Am Handy sind viele Bakterien dran. Nehmt lieber Kopfhörer und desinfiziert euer Handy-Display regelmäßig. Du benutzt bei Pickeln oder Akne keine Sonnencreme, auch im Winter nicht. Sonnencreme schützt aber davor, dass zum Beispiel Aknenarben nicht dunkler werden. Du beziehst dein Kopfkissen nie neu, du solltest es aber bei Pickeln jede Woche machen, weil wir sonst unser Gesicht über Nacht in Haarproduktresten und Teig wälzen. Nicht so gut. Drücke deine Pickeln nicht aus und viele gehen nicht zum Hautarzt, das solltet ihr aber tun.